Dann muss ich da auch mal hochkommen. Ah. Boah, ich hab ihn nicht. Ach ne, hier gibt es einen Rhythmus, wie es aussieht. Ah, ja. Das Munition roll ich grad nicht, ausnahmsweise. Ach, die gehören gleich zu mir. Sag das doch gleich. Du hast gar nix im Visier. Ich bin nieder der Wand, du Idiot. Ah, verdammt. Ach, bei den Granaten weiß ich übrigens, was das jetzt ist. Das ist der Explosionsmodus und der andere ist der Blendmodus. Idiot, ey. Nein. Weil ihr wisst. Ah, muss er wieder aufladen lassen. Hilfe! Hilfe! Was war das? Na, ich nicht. Hör auf mich. Oh, mal rum. Wallern hier. Na leah. Was zum... Teufel, was das denn jetzt? Mit dir? Du hängst hier auch nur rum. So einer von diesen... Wie heißen die Vieh... Wie heißen... Wie heißen diese Dinger... Diese Farmer bei... Äh... Bei Star Wars... Wie heißen die... Leit an Fallen. Ah, das weiß ich jetzt nicht. Ah, das weiß ich nicht. Star-Schutzgewehr, wie eh und je. Ich bin wieder zu verschwenderisch, was... Was Granaten angeht. Merk ich. Merk ich schon wieder. So. Sprengsatz. Sie sollten die Abhauen, daher? Sieht euch zurück! Hast du was gehört? Nöö... Ich guck mal da noch drauf. Tja... Um. ok aber wo muss ich jetzt hier lang, ich weiß es nicht ach, noch eine andere Granatware-Variante ach, das sind doch die fernzündbaren Granaten die kann man halt fernzünden, die liegen mir wahrscheinlich eher besser, glaub ich so, also, so eine AC-4 wie diese Dinger halt, ne Einen Box und du bist tot! Weiß mal, gehen wir daneben, jetzt in neuer Wisch-Testel, hahaha muss ich jetzt hier durch, aber ich guck noch mal rum, ich kenn mich ja muss ich da auch noch mal lang war auch noch so ein Steve Wir werden beide sterben, Mensch! Uuuuuh, er ist ein Attentäter Ja wird ausgeblendet Was ist los? Das geht mein Typ vorwärts, einfach automatisch Ah, hallo? Ah, jetzt! Guck, ich liefere nur automatisch vorwärts! Guck, was ist das denn jetzt? Äh, ja Müssen wir jetzt noch mal da hoch Ich hoffe, dass das sogar funktioniert Das geht gar nicht Ja, ich bin ein, ich bin mein Held, manchmal, ich guck manchmal auch nicht nach, ne? Das hab ich echt, weil ich ja schon mal einen vorigen Part, der schon mal angefangen hat bei mir Ich guck manchmal einfach nicht hin Ach nein, hier sind die Jump-and-Wand-Passage Ach du Scheiße Ach du Scheiße, muss ich jetzt hier hin? Ja Ähm Kommen wir hier wieder raus? Tatsächlich, naja, dann geht's ja noch Dann geht's ja noch Nicht, dass ihr mir sagt, game ober, weil's irgendein Kram ist Naja, dann geht's ja noch Ach, wir haben die Gnieder nicht geschafft Naja, kann ja nur um den Tag handeln, also Ja, Jump-and-Runs, Jump-and-Runs bei dieser Steuerung ist das etwas komplizierter Das ist nämlich nicht so leicht, weil der total komisch springt und dann auch total komisch reagiert Auf den Sprungbefehl Jetzt mal, jetzt hat's mal Ja, ich bin wieder drückgesprungen Ach man Äh, nochmal das Ganze Naja, ist ja auch nichts Haben wir Zeit Ja, das geht nur gegen Viehsiebe und was ist, wie sie durchs Flachthaus rennen Weil mich, äh, haben Was ist das für eine Farm, dass die sich so ausbreiten konnten? So Jetzt nochmal das Ganze Das ist mal lustiger So, jetzt muss ich nochmal da rüber So, hier geht's nicht, wahrscheinlich nicht durch, wahrscheinlich, deswegen geht's nur hier rein Bin ich zwar hin, aber brauche ich nicht Und doch Aber eigentlich könnte man die, muss man sich durchschießen, dachte ich, aber Nein Wo geht's denn, da muss ich denn her lang, wenn's hier nicht weiter geht Hä? Ja, toll Ja, toll Scheiße Genahtwerfer Ja, alles klar Ich das gewusst Aber ich ne ganzes Kram, ich ne ganzes Kram noch mal machen Sein, ich verpasste ja zu den letzten Sprung Ja, hätte ich nicht mehr nicht gesagt, ey Ja, ich Idiot Ich kann noch machen, oder? Ja, ach nein, ey Was für ein Mist Hättest ich ja nicht sagen sollen, dass ich diesen Punkt mehr passe Dann werden mir nicht passiert, aber ich Hält, ja Echtes resetten Keks, danke Och, verdammt nochmal Ja, wie gesagt, bei der Steuerung ist das nicht so ganz einfach Weil die etwas schwammig reagiert, reagiert nicht sofort Man muss teilweise ein bisschen früher abspringen Jo, was denn, was war das denn jetzt? Ach ja Ja Fangen wir nochmal durch diese Brühe, weil sie so gut aussieht, so richtig man was sieht in diesem Ding Jo Jo No jetzt aber, oder? Na jetzt aber, na Na jetzt doch, geht doch HAH Ähm ja nun gucken wir jetzt hier du kannst wieder bewaffnen abdienst in die jahre kann wieder bewaffnen aber wir erfahren wir kennen die kreissäge und sohn Aha, hier geht das an, hier weiter, na ja. Noch und noch mal. Ich fahr lieber, ich fahr bis zum Bier geduckt, äh, geduckt. Oh, ich schieße mit Granaten, ich schieße mit Granaten auf mich. Hallo? Bin ich kaputt, dieses Arschloch? Unglaublich. Waren wir hier nicht so mal? Was hat sich jetzt hier geändert? Hä? Hä? Hat sich jetzt hier geändert? Ach so, ich kann jetzt hier durch. Das meinte. Hier wimmelt es von Aliens. Jupp. Bist ja selber einer. Sieht so aus, so verkleidet wie du bist. Ach, komm her. Ach, woher? Das wär auch lustig hier in der Personiertesse. Ich meine, die Spiele geht das ja, tatsächlich. Kannste wirklich so, dann lad da hoch. Ach, was ist mit der Steuerung hier los, hier? Ach. Teilweise, das ist wirklich kaum wieder Steuerung in dem Spiel. Teilweise, äh. Das wäre aber eine Konsole, was ja ein besserer Spiel war. Ich glaube aber, boah, Konsole gibt's doch ja auch auf 6 zu 9 Leute auch auf Lösungen. Hier nicht, aus irgendeinem Gründen. Kann ich leider auch nicht einstellen. Falls ihr euch nicht so gewundert habt. Wieso nur den 4 zu 3? Weil das Ego-Shooter ist. Ja, das Ding, das schützt eine 4 zu 3 auf Lösungen. Ich kann es auch nicht umstellen, leider. Es gibt da kein Breitbildpatch oder ähnliches. Weil das wird dann vom Konfigurationsprogramm unterbunden. Da haben wir diese Kreissägen durch. Ich finde ja einen Weg in die Kühlkammer. Was war das? Was war das jetzt? Wie soll man da durchkommen? Wie verrückt. Ich muss doch verrückt sein. Ich muss doch verrückt sein. Ähm. Ich bin ja nicht tot wegen der Schaltexplosion. Ich bin ja nicht tot wegen der Schaltexplosion. Ich bin ja nicht tot. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Alter... Was ist denn hier los? Ähm. Alter, die explodieren die an diesem... Ja, wir haben ja überall dieses Ding vermied hier. Ich bin ja nicht tot. 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 Warte mal. Na also, geht doch. Aber hier das ganze Kram an, oder? Oder wo ist das da durch? Hä? Oh, war ich da durch oder was? Muss ich jetzt wieder... Ach nein, ich geh wieder. Wo? Ihr seht den Teiler nicht mal! Wo war der denn jetzt? Noch einer, da! Ja, den hab ich gesehen. Ah, falsch, falsch! Uh! Hui, ich krieg' uns mit Ärger. Wo ist der Affe hin? Welcher Affe? Planete Affen? Planete Affen? Planete Affen sind aber ein anderes Universum, mein Lieber, hm? Komm her! Ah, so tot. Hast dich schon Klappschiedet. Na, ist das eigentlich eine gute Idee, sich hinter nem... direkt hinter nem Explosionsfach zu verstecken? Ich glaub' ja nicht, aber... Ja, ich mein' ja nur. Fett war aber... Nein, hab' ich nicht. Da muss ja mal hoffen, geht's wohl so weiter, nur... Es hab' ich geschafft. Bin ich der King? Bin Elvis, äh, naja, nicht wirklich. Waren wir aber auch schon? Ne, waren wir schon. Hä? Muss ich jetzt hier hin? Bin ich hier rumgelaufen, oder was? Mal hin, hin und zurück. Äh, nochmal durch den Kreis legen, ruhig. Na... Ist ja voll heftig. Ist ja voll, ähm, voll cool. Ähm, krass. Naja. Ach, scheiße. Das ist meine Nachwundin hier. Hoppla, war nicht beabsichtigt. Tut mir leid. Wenn man noch immer auf ihn schießen, naja. Ich hab' über den Medikit gefunden, äh, wischte. Ich merk' ich grad. Aber ich hab' immer auf den Pfalzen geschossen. Tut mir leid, war keine Absicht. Sieht alle leih aus, alle gleich dunkel.